Salve, ihr Römer da draußen und herzlich willkommen zur nächsten Runde Expeditions Room. Wir sind in unserem Legionslager und ich wollte noch mal mit dem hier quatschen. Legate, ich stehe euch zu Diensten wie immer. Ah, mein Ignatio hat nichts mehr zu labern. Ähm, ja, dann wären wir hier fertig. Genau, und jetzt sollen wir uns mindestens drei Legionari holen hier im Zelt. Ähm, ich hab ja eigentlich ganz gut Kohle. Vielleicht hol ich mir gleich ein paar mehr, weil, ähm, ich würde auch gern hier ja welche einsetzen. Hm, und da nehme ich vielleicht sogar die Begleiter erstmal. Dann kann ich die neuen nämlich ausbilden. So, und jetzt sind wir hier im Zelt angekommen und haben hier unsere neuen Legionäre, äh, die für die Praetorianer in Frage kommen. Oh Gott, gleichgültig, missgestimmt, gleichgültig, gleichgültig. Ja, auch hier gleich hier haben wir noch einen zögerlichen. Ey, wir haben einen, der erfreut ist. Also einen motivierten. Ähm, der kostet 100. Ja, also Denaria war eigentlich ziemlich gut, ey. Hatten der so. Zweier Elm, Nuller Rüstung, fünf bis sieben Burgen. Hat auch Feuer, glaub ich, wenn ich das richtig sehe. Ja, den gönnen wir uns schon mal. So, jetzt haben wir schon einen Sagittarius. So, Prinzeps, gibt's zwei zur Auswahl. Der so. Ja, der Erste ist besser, ne? Ja. Ja, dann sollte ich die auch gleich dann, äh, mitnehmen und einsetzen. Ich denk mal, wenn ich die in der Gruppe einsetze, da krieg ich diese Moral mit am schnellsten nach, also, nach oben, hoffe ich. Halt mal. Den nehmen wir auch mit. So, Triarius haben wir auch zwei. So, was hat er? Der guckt mir auch besser vor. Ja, so, den. So, Willes haben wir auch zwei. Hm, der ist ja, glaub ich, besser, oder? Ah, das ist ein Willes mit Schwert und mit Dolch. Und der hätte zwei Dolche. Markus Aurelius. Ich find den Namen schon ziemlich gut, den nehmen wir. So, jetzt hätten wir hier noch vier, also von jeder Klasse einen. Ich weiß, allerdings, ich weiß halt auch hier bei diesem Missgestimmt, gleichgültig und zögerlich. Also, ich weiß jetzt nicht, was schlechter ist. Aber ich glaube... Ich gönne mir hier den Warro noch. Und noch den zweiten Bogenschützen. Kann natürlich sein, dass das jetzt Bullshit war, sich so viele zu holen. Aber, wie gesagt, wir müssen ja dann auch, wenn wir die Gebäude haben, ziemlich viele Gebäude, ähm, besetzen. Und ich würde die jetzt halt gerne mit Missionen, ähm, nach oben pushen mit der Moral. Denn dann bringen die mir wahrscheinlich mehr. So, und jetzt können wir nämlich hier in die Kaserne einen einsetzen. Und ich, wie gesagt, ich nehme jetzt erstmal einen von den Begleitern. Äh, na, bester ist für so ein Amt nicht. Gut, wir nehmen Sineros. Ja, mehr dürfen wir ja auch nicht einsetzen. Boah, hätten wir da einen drin. So, und jetzt sollen wir das Holzlager für Mitridadis Flotte zerstören. Zum einen gehen wir jetzt erstmal in die Gruppe rein. Äh, Gruppenverwaltung. Inventar. Es ist wieder nur ein Stab. Römischer Stab. Ah, ja, ja, stimmt ja. Ja, das war hier der, äh, Fünfer bis Neuner. Aber er hat ja jetzt den S-Kollapsstab. Äh, stimmt ja. Da brauche ich gar nicht gucken. Ähm, wo sind da? Äh, nee, Quatsch. Ich brauche die Triarius. Ach, habe ich nur einen. So, der hätte eine Lanze. Sieben bis neun. Mit zwei und vier. Wie ist unsere? Fünf bis neun. Mit eins und drei. Äh, ja, ganz ehrlich hier. Denn nehme ich... dir die Lanze weg. Du kriegst diesen tollen alten Stab. Und die Lanze schnapp ich mir selber. So. Ja, und die Lanze wird ihm auch auf jeden Fall schlechter angezeigt wie der Speer. Der hätte dann... Ach ja, diesen Rundumschlag, das niedergeschlagen. Auch nicht schlecht. So, aber jetzt, wenn wir das... Wo wir das geregelt haben, ähm, gehen wir mal von oben durch. So, das sind hier alles meine alten. Die hatte ich ja schon gemacht. So, da geht's los. Wie sieht's mit Bogen aus? Du bist hier ein Fünf-Bis-Siebener. Der hätte auch Fünf-Bis-Sieben. Wäre aber schlechter. Und der wäre sowieso schlechter. Ja, auch so rüstungstechnisch können wir für dich nichts machen. Alles schlechter. So, dann machen wir mal mit Telos, dem Prinzeps, weiter. Die sind schon mit echt guten Sachen ausgerüstet, ne? Auf jeden Fall bessere, wie ich habe. Dann müssen wir ja nicht nur mal hier die, äh, Rüstungen vergleichen. Die sind zumindest auf dem gleichen Level. So, damit kriegt er eine Bewegung dazu. Alle Widerstände hoch, aber Lebensenergie einen runter. Hier ist quasi mehr oder weniger dasselbe. Ja, überall würde Lebensenergie einen runter gehen. Ne, dann lasse ich das so. So, hier. Ne, würde ihn nicht verbessern. Ah, hier haben wir eine, die ihn verbessern würde. Die würde ihn noch mehr verbessern. Äh, Quatsch, da. Minus 3, 11 und 5. Minus 3, 11 und 5. Ja, das hat nur positive Effekte. Also redet hier die Rüstung. Sehe ich sonst noch was? Nö. So, unser Widerstand. Aha, da sieht das doch mit den besseren Sachen schon viel cooler aus. Also, er hat hier ein Gladius 1, 4 bis 6. Hier hätten wir ein 3 bis 7er für ihn. Da kommt aber noch ein Prinz Hips. Doro, 3 bis 7. Der nehme ich doch. Für ihn hier, diesen Doro? Er hat immerhin 4 kritischen Schaden. Hier oben ist noch einer. Ah, das war der mit der kritischen Trefferchance besser. Jetzt ist die Frage, was ich mehr haben will. Lieber die Chance oder, äh... Lieber den Schaden an sich. Ich glaube, wir nehmen den. So, und der Dolch hier war auch besser, ne? Wie viel Dolch haben wir hier immer noch ein Dolch? Das wäre auch noch ein Dolch. Ne, kriegt er den? Dann wären wir hier durch. So, der Prinz Hips kriegt jetzt dieses schöne Gladius 1. Höh, kritischer Schaden geht runter und kritischer Schaden geht dann wieder nach oben. Äh, äh, gut. So. Wie sieht es mit Rüstung aus? 4, 7, also minus 4, 7, 6. Nö. Da geht mir wieder die Lebensenergie zu weit nach unten. Das machen wir nicht. So, haben wir noch einen. Noch einen Bogenschützen. Können wir den für dich irgendwas machen? Sieht aber auch alles ganz schlecht aus. Nö. Tja, dann wären wir hier fertig. So, dann würde ich sagen, dann machen wir uns jetzt auf den Weg zu dem Holzlager. Moralischer Sieg. Wenn ihr die Moral eines Gegners weit genug senkt, wird er sich irrational verhalten und vielleicht sogar gänzlich vom Schlachtfeld fliehen. Aber ja, schon ein paar Mal gesehen. So, wir müssen da hinten hin. Hier war ja nur der Brunnen. Ist hier eigentlich mit dieser Legionsmission? Egal. Wir laufen auf jeden Fall rüber. Nahrung haben wir genug. Olivenhain. Die gewundenen Pfade durch die bergigen Regionen gehen euch langsam auf die Nerven. Nicht schlecht. Auf der Suche nach einer Abkürzung findet ihr euch in einem Olivenhain wieder. Jetzt können wir bestimmt wieder eine Pause machen. Leider stellt sich der Hain als ein richtiger Wald heraus. Die niedrigen Bäume nehmen euch die Sicht und bald verliert ihr gänzlich die Orientierung. Umdrehen, weitergehen. Hmm. Jetzt kommt es drauf an. Es ist bestimmt irgendwas Mieses. Umdrehen. Je schneller ihr diesen Fehler korrigiert, desto besser. Diese Abkürzung führt nirgendwo hin. Da haben wir elf Rationen verloren. Ihr dreht rasch um und folgt euren eigenen Spuren wieder aus dem Olivenhain heraus. Am Ende hat euch dieser Umweg nur etwas Zeit und ein paar Ressourcen gekostet. Na, wer weiß wie die Moral geendet hätte, wenn wir das andere genommen hätten. Joa. Aber weiter im Text. So, wir sind im Stranddorf angekommen. Dann betreten wir das doch mal. So, Begleiterauswahl. Befriedungsmissionen wie diese müsst ihr an eine Gruppe Praetorianer, wenn die von einem eurer vertrauenswürdigsten Begleiter angeführt wird. Ach, ich bin gar nicht dabei. Nee. Na ja, vertrauenswürdiger Begleiter, das ist auf jeden Fall CESO. Ach, die darf ich gleich mitnehmen? Ach, darf nicht mit einem Begleiter besetzt werden. Äh. Darfst du da unten rein? Nee, darfst du auch nicht. Äh. Ja, dann nehmen wir natürlich die ganzen neuen mit. Ich meine, ich wollte die eh ausbilden. Der geht auch noch. Achso, warte mal. Ja, ich nehme die, glaube ich, lieber noch ein Prinzeps mit, oder? Lieber ein Bogenschützen. Ene, mene, muh und raus bist du. Zack, der schnell mal. Ja, und die drei Namen. Wir sind ja ne, schwanzus claudius longos. So, jetzt ist hier CESO ganz alleine mit nur neun Leuten. Äh, so, warte mal. Vier. Kann auch nur vier gehen. Fünf. Sechs. Fünf. Sieben. Und das andere mit den sechs. Okay, das war der Plänkler. Äh. So, erstmal einen Überblick verschaffen. Und was müssen wir machen? Verbrennt alle zwölf Holzstapel. Oh ja, da stehen ja ziemlich viele. Wir können uns mal in zwei Feldern aufstellen. Hier oben ist schon mal so ein scheißen Bogenschütze. Das ist nur ein Milizionär. Ah, hier ist ein schwerer und ein Milizionär. Oh, das sind Attentäter. Ah, das ist der Boss. Und da hinten noch ein, äh, Bogenschütze. So, was sind das hier alles für Fässer? Wasserfass? Wasserfass? Ölfass? Mhm. Also hier oben drauf ist ein Ölfass. Und hier unten sind ja diese Kisten. Also diese Holzstapel. Was hier? Oh, hier kann man Ölkrüge aufnehmen. Und da kann man wieder Wasserkrüge aufnehmen. Ah. Hier ist ein Lagerfeuer. Das ist nur ein Brunnen. Ah, und das ist auch ein Lagerfeuer. Hier kann man sich die Fackeln nehmen. Ah, und dann wahrscheinlich so schmeißen wie das griechische Feuer, ne? Hm. Also hier auf der Seite sind nur zwei. Und wenn wir nach da gehen, dann kann uns der Bogenschütze erstmal nicht stören. Ah, durch dieses neue, gute Schwert hier. Schwert des Archelaos. Hat er wieder diesen guten Hieb hier. Der Blutungen wirkt und der mehrere Ziele trifft. Dies ist schön. Du kannst nur vier gehen. Du kommst mal nach vorne. Der war das noch mit vier. Die anderen fünf bis sieben. Das ist er. Kommst du mal da hin. Nur so einer mit sechs. Hier haben wir hinten noch einen mit fünf. Der tauscht mal mit den Siebener. Ah, der kann... Ne, warte mal. Der kann nur fünf laufen. Tauscht du hier nochmal mit dem. Und du tauschst nochmal mit dem. Ja, dann legen wir mal los. So, der kann fünf laufen und der kann sechs laufen. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Also der kommt bis hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Der würde bis da kommen. Gehe ich mit dem bis hier? Der hat auch ein Schild. Bis da. Noch einer mit Schild. Nein, der kommt gar nicht so weit. Also bis da. Tja, gecheckt, ne. Die kommen nur bis hier. Dann dürften sie den hier eigentlich hier nicht angreifen können. Achso, das ist der Bogenschütze. Ah, da vorne darf ich ihn aber nicht mehr einsetzen. Er hat auch hier nur das Kontern. Hm. Ich will aber nicht, dass mich der Bogenschütze trifft. Also kommst du mal hier hin. Dieser Plänkler, der kann aufschneiden. Und diesen hinterhältigen Angriff machen, den wir mit Bestia auch schon mal hatten. Aber der bräuchte eigentlich einen Bogen, ne. Naja, ist erst mal egal. Runde zu Ende. Boah, da. Oh, die sind jetzt verschwunden. Ah, der ist schon mal nicht rangekommen. Der auch nicht. Oh, der geht noch weiter. Oh, der möchte jetzt ein scheiß Feuer. Wir bleiben hier. Sie müssen zu unseren Bedingungen kämpfen. Oh, der ist jetzt voll am Abfackeln. Da, einen Krug Wasser schöpfen. Fünf übrig. Jetzt krieg ich den löschen, oder was? Oh ja, tatsächlich. Der hat aber schon gut verloren, ey. So ein Drecksack hier hinten, ey. Oh, der könnte den schon fast komplett wegballern. Ich meine, vielleicht schafft er es ja. Komm, hack mal zu. Ach so ein Mist. Ne, das war ja der mit Schild und das ist der ohne Schild. Oh, da habe ich nicht drauf geachtet. Ich Idiot. Oh Gott, wie schlecht. Ach ne, ist kein Brennerfall. Der hat einen Stachelfeil und den verkrüppelnden Schuss. Ja, äh, ja. Das wäre jetzt natürlich scheiße. Ähm. Ich irgendjemanden, der zwei Felder weit schlagen kann. Nicht wirklich. Aber ich würde mit dem da hinkommen. Und dann könnte ich doch hier diesen Flankenangriff machen. Die aus dem Hinterhalt. Boah, Alter, die hat ihm fast nichts gekostet. So, aber der kann vier gehen. Der kann fünf gehen. Ja, das ist ja ein hohen Umschlag. Ach. Ist er so? Stoß? Stoß? Den könnte ich wegkriegen. Toll, jetzt ist mein Balkener mit oben drüber und ich sehe es nicht richtig. Egal, wir hacken mal zu. Der hat das nochmal überlebt. Ja, einen hat er noch. Ja, damit darf ich nicht. Wer hat denn den höheren Schaden? Der hier hat fünf bis neun. Sieben bis elf. Der hat diesen Ausfall. Naja, müssen wir doch mal gucken hier. Naja, reicht nicht. Das war echt dämlich hier mit ihm da auf die Rüstung drauf zu hauen. Boah, der ist auch immer noch nicht weg. Schafft wahrscheinlich meinen Bogenschützer auch nicht. Naja, könnte er schaffen, wird er aber wahrscheinlich nicht schaffen. Wenn ich den nicht wegkriege, dann, äh, komme ich an den auch nicht mehr ran. Ja, natürlich, äh, hat er es nicht geschafft. Ist mir jetzt egal. Ich will den, ich will nicht, dass der hier nochmal zuhacken kann. Dann kriege ich jetzt halt Schaden. Ich hab Schild. Also ich hoffe mal, das Schild zählt auch. Ja. Schild hat gezählt. Ich muss den weg haben. Nee, bloß nicht den Rundumschlag. So, jetzt darf ich nämlich mit dem nochmal hacken. Und da kann ich ruhig den Rundumschlag nehmen. Dann ist der hier auch weg. Was? Alles vollkommen lächerlich. Vor allem, der hat auch noch von hinten angegriffen. Es ist wirklich echt, es ist lächerlich. So, jetzt hab ich hier auch nichts mehr, was ich machen kann. Ach. Zufällig einen Pilum, von dem ich nichts weiß. Jetzt gibt der mir nämlich nochmal Schaden. So, stell dich mal hier hin. Vielleicht ist dann vom Bogenschützen geschützt. Ah, es ist wirklich sehr, sehr ärgerlich, dass das nicht geklappt hat. Aber egal. Äh, nicht aufregen. Runde weitermachen. Zum Glück. Nur Schild weg. Bleibt standhaft. Lasst sie zu uns kommen. Boah, jetzt kommt der Bogenschütze. Wird sicherlich schießen können, oder? Nee. Der kommt auch nicht ran. Wunderbar, Alter. Den wegmachen und dann rüber zur anderen Seite. Hier kann ich doch schon mal Feuer mitnehmen, ne? So, und da der den weitesten Weg hat, mach ich den hier doch mit dem weg. Du wirst aufgeschnitten. Der überlebt einfach alles. Jetzt vielleicht endlich mal down. Ey, und du hab' die richtig Moral alle bekommen. Cool, cool, cool. So, das ist nur ein Militionär. Den müsste ich doch normalerweise... Ich geh mal da hin. Dann kriegt er schon ganz gut. Überwältigen kriegt er allerdings noch mehr. Dann nehmen wir doch das Überwältigen. So, jetzt nehmen wir für dich den Verkrüppeln. Dann darf ich nämlich nochmal schießen. So, und von hier müsste ich eigentlich den Bogenschützen auch nochmal treffen. So, der kommt leider nicht mehr ran. Und der darf sich nicht mehr bewegen. Der darf sich nur noch bewegen. Dann greifst du hier hinten auch schon mal beim Feuer zu. Ah, der kommt leider nicht ran. Den bleibt mir ja nur noch der Bogenschütze, um ihn zu beschießen. Lassen wir dich erstmal ein bisschen... Ah, ne, ich wollte gerade sagen brennen, aber nein, das hat er mit der Blutung. Oh, hier kommt der mit dem Schild vor. Dem gehen wir dann noch bereit machen. Du kannst eigentlich hier hinten auch schon mal zugreifen. Ich geh trotzdem mit allen auf die andere Seite. Ich glaub, ich bleib lieber mit allen zusammen. So, der darf nicht mehr... Alles erledigt. Nix Runde. Jawohl, der hat doch jemanden mit Schild geschaffen. Sehr schön. So, jetzt komm ich an den hier von hinten ran. Dann müsste der doch eigentlich weg sein, oder? Ja, easy. So, hier hinten hat er den Schutz. Also ich mein Plan ist jetzt, hier rüber zu gehen. Und auch hier lang. Und dieses Ölfass hier irgendwie hier runter zu bringen. Und eben hier vorne sind halt im Moment zumindest nicht so viele Gegner wie hier. Es ist auch ein Wasserfass. Wasserfass? Aha. Da ist noch ein Ölfass. Komm, wir gehen schon mal in die Richtung. Der Bogenschutz ist da ganz hinten. Er dürfte eigentlich an uns nicht rankommen. Und er hier kann 6, 1, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, hier oben kann ich stehen bleiben. So, er hat auch eine Fackel. Das ist ja auch schon mal da hin. So, du gehst mit rüber. Ob ich mit einem Pfeil das Fass umschießen kann? Ob ich das wüsste. Ja, da hockt auch noch einer. Gehen wir mit dem Bogenschützen erstmal da hin. So, den hatten wir. Wir hatten alle, ne? Ja. So, und hier gab's neue Fackeln, ne? Ja. Hier hinten ist es mit der Fackel. Also läufst du hoch und du läufst gleich weiter. Jetzt seht ihr mich noch. Vergesst, dass ihr mich je gesehen habt. Hier sind wir gut geschützt. Seid bereit. Und da sind wir auch schon wieder dran. Das war auch Wasser, ne? Ah, ne. Von hier kann ich das Fass nicht wegschießen. Ja, bis wir da lang. Bis hier vorne hingehen hab ich jetzt auch keine Lust. Den greifst du hier auch mal bei den Fackeln zu. Genauso wie du. So, der hatte ne Fackel. Verschanzt sich erstmal da. Wo kommst du da hin? Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt guck mal ein erster Fackelwurf. Oh, das darf man acht schmeißen. Oh, aber da, wo ich ran will, da komm ich nicht ran. Ich wollte eigentlich auf das Fass schmeißen. Da war's. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Kann ich von hier auf das Fass schmeißen? Der hat ja auch eine. Darf ich jetzt hier so ein Ölding auch noch nehmen? Ne. Es ist hier nur der hintere Slot. Äh? Kann Ziel nicht sehen. Na, egal. Dann nehmen wir halt den Stapel da erstmal. Vielleicht verbrennt er hier ja auch. So. Nehmen wir den ersten Stapel angezündet. So, darf ich mir jetzt was nehmen? Darf ich das auch gleich wieder schmeißen? Leider nicht. Schade, schade, ey. So, aber jetzt mal aufgepasst. Eins, zwei, drei, vier, Fünf, sechs. Also, der könnte uns hier angreifen. Ist allerdings nur ein Militionär. Und wir haben nen Schild. Guckt der ja an den hier nicht ran, ne? Ob das Fass sich mit entzündet? Ach, ich kann doch erstmal den hier nehmen. Ja, dann zündest du den an. Und, äh. Da komm ich jetzt nicht mehr rum? Ach, ich muss da ganz außen rum. Äh, äh. Ja, äh. Dann gehst du erstmal wieder zurück. Brauchst du ja ne neue Fackel, ne? Ja, den hatten wir schon. Achso, die hatte ich ja auch alle schon. Äh, ja. Nächste Runde. Wie gesagt, ich denk mal, er kann hier wegen dem Schild von dem hier eigentlich nicht angegriffen werden. Sobald ich sie sehe, schieße ich. Die sind da drüben. Vorrücken. Ah, sein Chef kommt hier hoch. Der kommt auch hoch, weil er wird uns angreifen. Wie geplant. Sie laufen in unsere Falle. Ah. Kriegt Verstärkung, der Sack. So, den müssen wir eigentlich irgendwie erstmal wegkriegen. Von hier unten darf ich bestimmt nichts machen, ne? Aber mit dem Bogenschützen müsste ich von hier eigentlich rankommen. Na, macht ihm nicht so richtig gut Schaden. Dann warte mal, ey. Dann stoße ich den noch zurück. Vielleicht fällt er hier runter. Ja, ich kann halt da auf jeden Fall mit dem nochmal abhauen hier. So, jetzt den Verkrüppler. Reicht. So, wir haben unseren Schuss auch wiederbekommen. Na, ne, komm ich leider nicht ran. Den hätte ich ja ganz gerne bluten lassen. Ähm. Was ist mit denen hier? Sechs. Eins, zwei, drei, vier. Bäh, das dauert noch ein bisschen, bis die da sind. Hm. Was passiert eigentlich, wenn ich das Ding einfach von hier aus werfe? Ah, ich darf da nicht ran. Von hier? Ja. Ich mach das einfach mal. Ölfass in Brand stecken. Ja, Alter. Hier, da brennt alles. Und wieder abhauen. Äh, was? Ach, da ist ne Leiter. Da wurde... Ey, ich wollte grad sagen, wo will der denn hin? Durch hier ein bisschen Pornikisch rum. So, bis wohin könnten wir denn noch weg? Der kann... Fünf gehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Also so bis da. Da würde er mich noch erreichen. Ach ja, ich wollte ja hier noch das Öl-Ding werfen. So, würde das denn nicht... Hier, guck mal. Hier brennt's doch. Würde das denn hier nicht übergreifen, das Feuer? Ich versuch das einfach mal. Ach so. Vielleicht fängt's gleich Feuer. Hau's mal nach da ab. Du holst dir gleich neue Fackel. Und du hast doch auch noch eine, ne? Komm hier, ey. Nehmen wir nur den hier gleich mit. Zack. Nächster Stapel angezündet. Jetzt hier gleich wieder zugreifen hier oben. So, der hat ja noch keine. Der hat schon... Hm. Ob ich von hier schon werfen kann? Einfach mal auschecken. Ne, da ist was im Weg. Was ist hier? Jawoll! Da können wir den nächsten anzünden. Ich glaub, hier den in der Mitte ist besser, ne? So, da haben wir auch angefackelt. Der darf sogar auch noch ein bisschen gehen. Und hat auch noch ein Schild. Steckt nur hier richtig in Brand. Komm hier, damit das doch ein bisschen schneller geht, kriegt die hier auch noch ein. Boom! So, dann brennt's doch schon ganz gut, würde ich sagen. Ah, jetzt geht, ne? Es fängt dann auch daneben Feuer. Weil, ne? Ich hatte ja den beworfen und der brennt jetzt auch schon. Ah, die müssen ja erst mal richtig abbrennen, ne? Es ist erst eins weg. Ich kann jetzt mal nicht so genau sagen, welches das war. Auf jeden Fall brennt's hier richtig toll. So, die kommen jetzt hoch zu uns. Da, kommen nicht ran. Ah, er zieht sich wieder zurück. Sehr gut. Ja! Das hat geklappt. Das Feuer ist hier rübergegangen. Wir brennen denn jetzt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sieben, acht, neun, zehn. Elf, zwölf. Es brennt, glaube ich, eigentlich schon genug. Hm. Da ist nix. Dann greifst du hier noch mal zu. Vielleicht darf ich die ja sogar behalten. Ähm. Falls mein Kollege hier Unterstützung braucht, äh, gehst du mal schon mal hier hin? Da gibt's nur Wasser. Ah, Militionär, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Also so bis da. Also kommt der hier nicht ran. Du kannst getrost auch weg. Ich wollte, ähm... Vielleicht brauchen wir ja noch mal eine Fackel, ne? Greifen wir doch hier noch mal zu. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die nur noch abfackeln müssen. Wird der hier brennt so geil. Militionär. Äh? Und ein Helfer. Ja, und war das der? Mit dem Ausfall? Ja. Äh, mit ihm hier, mit Ausfall, krieg ich den hier vielleicht schon mal weg. Aber warte mal. Ne. Da steht ja der Bogenschütze. Ähm. So, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Also der Militionär würde so bis da kommen. Zack, nach hinten. Zack, nach hinten. Den hier noch drauf geben. Ja, mit ihm kann ich, äh, mit ihm kann ich, jetzt sag ich, ihr bei dem Kerl. So, hier oben stehe ich doch, glaub ich, ziemlich gut, ne? Den, verkrüppeln wir dich doch mal ein bisschen. Bitteschön. Ja, es wäre nur noch der hier. Nee. Den, denk ich mal, können wir wieder einen weitermachen. Zwei Runden kriegt er wieder Verstärkung. Wir sind jetzt schon abgebrannt. Zwei. Ich brauch ganz schön lange. Das Geilste ist, dass er da unten warten muss, aber ich brauch jetzt auch nur noch warten. Glaubt ihr, erkennt mich erwischen? Denkt nochmal darüber nach. Vorwärts, meine Freunde. Ich gebe euch Deckung. Hört mir. Ja, wie gesagt, der kommt nicht ran. Ah, jetzt will er unten dann einen Angriff starten, wa? Ja, holt wieder ab. Seid ihr ein bisschen besoffen, oder was? Oh, der kommt. Jawohl, und er hat Feuer gefangen. Ist das nicht toll? Und vor allem, er ist wieder so weit weggegangen. Das wird den hier, glaube ich, erstmal easy. Oh, der kommt leider nicht ran. Aber naja. Was will er hier machen, Alter? Ne, ich hab'n Schild. Dem gehen wir doch mal halt mit. Am besten nochmal wieder ins Feuer reinschubsen, oder? Obwohl, damit könnte er fast weg sein. Wie sieht's hiermit aus? Oh, hiermit auch. Komm, wir schubsen ihn wieder ins Feuer. Nein, er will nicht. Er will nicht. Ist hier irgendwas von hinten? Ne. Ne, ne, ne. Das ist kein Punkt. Hier muss er an meinem Centurio vorbei. Kannst du hier ruhig hin. So, der ist easy peasy. Hier auch irgendeiner ein, dass er zwei treffen kann? Ne, leider nicht. Aber der hat diesen krassen Ausfall. Ja, der hat das Schwert von, äh, Cezo übernommen. Also das, was Cezo vorher hatte. So, wir greifen hier lieber von hinten an. Kriegst du erst mal so'n Ausfall rein? So, haben wir dich ja noch. Damit schneiden wir dich erst mal auf. Dann bist du weg. So, dann haben wir hier noch einen für euch. Und nächste weg. So, und mit dem... Gehen wir jetzt bis hier vorn. Dann müssten die... Ich mein, es ist keiner in der Nähe, aber... Ne, schon mal so, als wären da welche. Könnte man ihm hier noch reingeben. Wunderbar. Wenn ich Glück hab, krieg ich sogar den noch weg. Und so'n Bogenschützen ranholen. Und beim nächsten Mal muss ich dran denken, dass ich diesen anderen Sagittarius auch einen Bogen gebe. Ja, da komm mal ran hier. Zackikowski. Der ist was für dich. Dürft sogar noch mal schießen, aber ich komm. Ey, was? Was ist das für ein Fass? Ah, ist nur ein Wasserfass. Vielleicht geh ich schon mal wieder bis dahin? Vielleicht muss ich ja wieder da hinten hin? Jetzt könnt ihr hier natürlich noch viel weiter in Sicherheit gehen. Warte mal, bis wohin gehst du denn? Bis da. Warte mal, bis gehst du da hin. Es läuft super! Also, will ich zumindest sagen. Hälfte ist auch schon abgebrannt? Was? Ich hab irgendeinen Treffer bekommen. Ach, die Attentäter sind hier! Übel! Übel! Die sieht man jetzt immer noch nicht. Äh, der ist fast down. Oh, hat zum Glück keinen gekriegt. Ich dachte, der kriegt jetzt noch einen. So, und damit die hier nicht auf dumme Gedanken kommen, stellen wir hier C so hin. Gebe ihm den hier noch mit. Ja, ich denk mal, es muss nur noch einer verbrennen. Ich brauch hier, denk ich mal, gar nichts machen. Die stehen alle in Sicherheit. Gleich weiter die Runde. Sobald ich sie sehe, schieße ich. Vorrücken. Wir warten hier, bis der Feind kommt. Der Kampf ist verloren, rück zu! Jawohl, wir haben gewusst. Und wir haben keinen verloren. Sehr schön. War auch mal, äh, ganz interessant, so mal mit Bärbi, mit fünf Leuten zu arbeiten. Da hat man natürlich viel mehr Möglichkeiten. Obwohl natürlich, ich nehme mal an, äh, meine fünf Begleiter mit mir zusammen und dann nur noch einen von den neun. Das wäre sicherlich besser gewesen. Es sind auch alle unverletzt. Und ich hoffe mal, die Moral ist jetzt auch gestiegen. Ich meine, einmal hat man es ja zwischendrin gesehen. Oh, die Erfahrung von Asia Minor, die Eroberung von Asia Minor. Ach so, Ziel erreicht. Äh, so eine rote Meldung ist schon haarig. So, ähm. Es wird doch gelootet, oder? Ist das hier auch lootet? Ist das einer von mir? Ja, ne? Äh, wir gucken mal erstmal hier vorne, ne? Ja, das ist tatsächlich Loot. Eine griechische Robe. So, dann machen wir hier weiter. Ein paar Taler, ein paar Kräuter. Und Doru, noch eine Rüstung. Salpeter. Und wieder Kräuter. Da ist ein Kistchen. Ach, jetzt kommen sie. Ich wollte gerade sagen, wo bleibt ihr denn? Ah, Attentäterkleidung. Das ist so ganz neu. Hatten wir noch gar nicht. So, da steht ein Pferd. Aber, hier standen auch welche, ne? Ah, darum geht's auch noch Loot. Aber, ich denk mal, wir gehen... Mal hier rum. Vielleicht wird ja noch was aufgedeckt. Was man jetzt noch gar nicht sieht. Auf dem Schiff zum Beispiel. An diese Dinger darf ich auch nicht mehr ran. Ich mein, gab eh nur Wasser. Guck mal in die durch? Ja. Ja, da oben ist noch eine Leiche. Hier unten ist nix mehr, ne? Hier stehen zwar einige Kisten. Ne, auf das Schiff kommt man noch gar nicht erst drauf. Ach, jetzt sammeln die sich da erst mal. Ach, da wäre noch ein Pferd. Ah, naja, die Tana gleich mitgenommen. Das war's hier, ne? Ja, ich seh nix mehr. Ab hier zu den Kisten. Ja, durch die Leitern zögert sich's alles ein bisschen hinaus. Ist überall nix. Oh ja, jetzt kommt keine Leitern mehr. So. Xyphos-Schwert. Wieder ne neue Rüstung. Und Nahrung und Geld. Auch gleich beide genommen. Und noch die beiden Leichen hier. Ah, hier haben wir den guten Doro gefunden. Ja, ähm, ich seh nix mehr. Tja, dann können wir ihn abbauen. Sektor Erober. Jawohl, wir haben es also befriedet. Sendet eure Leone aus, um eine Holzwerkstätte zu erobern. Sendet eure Leone aus, um eine Gärberei einzunehmen. Ah, die müssen wir also alle noch einnehmen. Na, Holz, das müsste ja hier Sägemühle sein, ne? Dann können wir die hier alle noch einnehmen. Und wir haben jetzt ne vier befriedete Sektoren. Jo, das ist doch alles ziemlich schön. So, aber da haben wir ja das Ende der Folge erreicht. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. In diesem Sinne, vale, meine römischen Brüder und Schwestern.